Willkommen in diesem gepflegten Ford Fiesta Trend 1,4 aus Erstbesitz. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bismarck. Der Motor dieses Fiesta ist schadstoffarm Euro 4 und erhält die grüne Plakette. Die KFZ-Steuer ist günstig. Die Außenspiegel sind in warmen Farbe lackiert und elektrisch verstellbar. Fünf Türen erleichtern den Ein- und Ausstieg in diesen Kleinwagen. Auf der Rückbank finden bequem drei Personen Platz, mit Sicherheitsgurt und jeweils einer Kopfstütze. Die Sommerreifen mit Alufelgen haben gutes Profil. Zwei Reifen sind sogar neu. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Der Innenraum ist der Auberung gepflegt. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Für Ihre Sicherheit stehen zwei Airbag parat und ABS. Ebenso Nebellampen vorne und ein Reservat. Der Wagen verfügt über eine automatische Klimaanlage. Zum CD-Radio Sound 6000 gehört auch ein AUX-Anschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Die Karosserie des Fiestas ist unfallfrei. Leider gab es zu Anfang einen Hagelschaden, der aber die Funktion des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt. Den Wagen bekommen Sie mit neuem TÜV und auf Wunsch mit Gebrauchtwagengarantie. Schauen Sie nochmal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Autohaus Wismann freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismann. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020